typische balkanische brot lepinja. hörst du das? das ist perfekte brot. das ist lepinja. heute zeige ich euch wie machen wir lepinja. super lecker. das ist richtig richtig richtige lepinja. es gibt es keine andere. nur so. schau mal her. siehste das ist lepinja. das. so muss das schon so. proben wir. salz. gern. natürlich noch. wasser. circa halbes liter wasser. warmes wasser. mild heiß aber warm. gern. so ist es. gern. schön zerdrücken. schau mal her. mischen. so ist es. mischen, 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 mischen. zirka so. das reicht. salz. nix mehr. das reicht. und. was ist sehr wichtig bei einer lepinja ist. dass das teig flüssig ist. deswegen werden wir jetzt so machen. ich zeig euch. so. das ist noch zu flüssig. noch ein bisschen. so. jawohl. konsistenz passt. hier auch hier mal so. genauso muss er sein. so. schau. so. 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 schau. das ist perfekter teig für lepinja. das hier. schau. hier. gut. so. muss er sein. so. flüssig. dann habt ihr richtig den teig gemacht. so. so. jetzt lassen wir das stehen. ca. circa. sag mal. eine Stunde. zehn. so ist es. es ist ja nicht so schwer. ich mache alles von Hand, von Augen her, von Oua her, alles wo. wie dort. ich mache alles von Hand, von Augen her, alles wo. wie dort. und deswegen muss ich immer probieren, wie es schmeckt. und in dem Fall, was ist das Problem? Es ist zu wenig Salz. mit Salz muss man immer vorsichtig sein. Übersalzen kann man immer wachsen. Schön, bevor wir alles überdecken. So, jetzt schaue ich mir den Teig an. Jetzt schauen wir uns den Teig an. Oh ja, der sieht gut aus. Schau mal her, schau mal her. So muss er sein. Und jetzt nehmen wir uns griffige Mehl. Den bestreuen wir ein bisschen auf den Tisch, schau. So, nicht ein Tisch, nicht sparen mit der Mehl. Und dann nimmst du den Teig. Schau her, Teig. Und dann packst du den auf den Tisch. Schaut gut aus. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Das wird was echter Lecker. Jetzt zeige ich euch, wie man das verteilt und so weiter. Ich arbeite immer ohne Waage. Ohne Waage geht immer. So. Drei. Wir machen so. Eins. Zwei. So. Vier Stück. Vier Stück machen wir dann. So. Wir haben jetzt das aufgeteilt. Dann muss man nur drehen. So. Drehen und drehen. Und der ersten. Und dann müsst ihr immer nur so drehen. Schau her. Eins. In der Mitte drinnen. Immer in der Mitte drinnen. Immer in der Mitte. Schau her. So. So. Das ist alles. Und den drücken wir schon jetzt. Und lassen wir so im Mehl stehen. So. Schau her. Diese Streifen. So. Okay. Eins. Zwei. 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 Schmieren. Zwei. Zwei. Hundertfünfzig. Zwei. Bis Ende. Da. Schau. Schau her. Das schau her. Das schau gut aus. So. Wann ist Lepin ja fertig. Wahrscheinlich wissen sie alles. Wenn es schön goldbraun ist. Ja? So. Ein bisschen. So. Ein bisschen Mehl weg. Jawoll. Und 10 Minuten rasten lassen. Zumachen. Also. Perfekt. Das ist so, ich verarsche nicht. Ich verarsche nicht. Ich bin ein Katholiker und ich lüge nicht. Schau mal, meine Lepinja. So muss meine Lepinja ausschauen.